Kennst du das? Du stehst an der Kasse und möchtest dein Mensaessen bezahlen, hast leider aber nicht genug Guthaben auf deiner Unikarte? Und irgendwo ist ein Kartenaufwerter, den du benutzen kannst? Dafür gibt es Autoload. Autoload ist ein Teil des bargeldlosen Bezahlsystems und sorgt für das einfache Aufwerten in deinem Hochschulalltag. Mit Autoload kann das Guthaben auf deiner Karte beim Bezahlen an jeder unserer Kassen aufgeladen werden. Bei deinem Studieausweis kannst du übrigens nicht nur das Mensaessen bezahlen, sondern bei zahlreichen Veranstaltungen im Mensabar oder im Mensagarten, an den Waschmaschinen in deinem Hohenheim oder an zahlreichen Kopieren an deiner Hochschule. Wo du noch deine Studiekarte zum Bezahlen nutzen kannst, findest du unten in der Beschreibung. Nach erfolgreicher Registrierung legst du für deine Karte eine Rechtsguthabengrenze, zum Beispiel 5 Euro, und einen Aufwertbetrag, zum Beispiel 20 Euro fest. Wenn du weniger Geld aus deinem festgelegten Betrag auf der Karte hast, wirst du mal bezahlen an unseren Kassen gefragt, ob deine Karte aufgeladen werden soll. Antwortest du mit ja, wird genau den Betrag abgebucht, den du vorher festgelegt hast. Antwortest du aber nein, wird überhaupt kein Geld von deinem Konto abgebucht. Du kannst dich ganz einfach online in unserem Kartenserviceportal anmelden. Dafür benötigst du die Kartenservice-Zugangsdaten. Diese bekommst du an Stellen wie an den Kassen alle unserer Kafferien oder im Service-Center-Studium der Uni Freiburg. Nach erfolgreicher Registrierung kannst du alles weitere selbst in unserem Online-Kartenportal bestimmen. Das heißt deine Bankdaten oder dein Paypal-Konto angeben, deine Restguthabengrenze und deinen Aufladebetrag festlegen. Außerdem kannst du online sowie an den Bewertungsterminals in der Mensa jederzeit alle Transaktionen nachverfolgen, Essen und Getränke bewerten, dein Konto sperren oder das Guthaben auf deiner Karte hier überprüfen. Wenn du dich für Outdoor-Laut registrierst, bekommst du sogar dein erstes Mittagessen geschenkt. Du kriegst von uns ein 5 Euro Bonus auf deiner Karte gutgeschrieben. Außerdem gibt es immer wieder coole Aktionen für dich, seien es Getränke zur für welche Preise oder andere Kohlenextras.